Der Wille war da, das Fahrwerk nicht. Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode What Happens When. In der letzten Folge sind wir ja mit einer falschen Dämpferkennlinie gefahren und da war schon ziemlich was los im Auto. In dieser Episode geht es um die Feder und zwar um die Länge der Feder. Normalerweise haben wir diese Länge verbaut und wir werden sie ändern in diese kurze. Hier sehen wir schon was passiert, also du hast gar kein Halb mehr hier die Feder, keine Vorspannung, nichts mehr. So ihr seht schon, Markus ist schon am Start, ist schon am Vorbereiten und das werden wir jetzt verbauen und ich bin wirklich gespannt, wie die Teststrecke verläuft, also ich meine der Polo auf der Teststrecke. Der Umbau ist recht einfach gemacht, wir ersetzen das originale Federbein gegen unser modifiziertes Federbein, welches wir mit einer kurzen Feder ausgestattet haben. Das war mal ein Werkzeug. Was das technisch auf sich hat, das gucken wir uns jetzt an. Letztes Mal haben wir uns um den Dämpfer gekümmert und diesmal um die Feder. Was macht eigentlich die Feder? Sie trägt das gesamte Fahrzeuggewicht. Sie schluckt jegliche Energie, wenn du über eine Bodenwelle fährst oder wenn du bremst und hat natürlich Einfluss auf das Fahrverhalten. Und es gibt natürlich verschiedene Federn. Also ich meine, es gibt einmal die Spiralfeder, es gibt eine Blattfeder, eine Drehstabfeder und eine Luftfeder. Was bedeutet eigentlich, wenn die Feder zu lang oder zu kurz ist? Also erstmal muss gegeben sein, dass die Feder den Arbeitsbereich des Dämpfers abdeckt. Das heißt, sie muss wirklich passen, weil wenn das nicht so ist, dann geht sie auf Block wie zum Beispiel beim Bremsen. Auf Block heißt, die bremst sich zusammen. Das heißt, die Federwindungen sind als Block zu sehen. Oder beim Ausfedern hat sie keine Führung mehr, weil sie keine Vorspannung mehr hat. Wir haben zu kurze Federn verbaut und das heißt, die Feder kann nicht mehr optimal arbeiten. Wie das in der Praxis aussieht, ich bin gespannt. So, genug Theorie, wir brauchen Action und deswegen sind wir auf unserer hauseigenen Teststrecke für unseren Fahrwerkstest. Wir sind hier schon, also echt tief. Ich meine, ich bin es gewohnt so tief, aber jetzt haben wir die Umstände, dass wir einfach zu kurze Federn haben und deswegen zu tief sind. Und das bedeutet, es wird eine sehr holprige Angelegenheit. Vor allem, wenn ich jetzt schon die Senke hier sehe, denke ich mir, ach du meine Güte, ey. Hoffentlich schlägt da nicht, also durchschlagen kann er, aber nicht durchdurchschlagen, ja. Das wäre echt doof, weil wir haben ja noch andere Versuche vor. Es wird spannend, schnallt euch an. Also ich zumindest. Du merkst schon die kleinsten Unebenheiten. Oh, schlägt es durch. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Und jetzt allein dieses. Alter Schwede. Also diese Fräskante, die können wir irgendwie ausfallen lassen, glaube ich, weil ich bleibe mit der Schnauze hängen. Das heißt, ich bin so tief durch die kurzen Federn, da habe ich einfach einen Tiefgang, der nicht fahrbar ist über diese Kante. Das heißt, wir beschränken uns jetzt einfach auf diese kleine Kurve hier, weil die gibt auch alles her, was wir brauchen. Und auch da merkst du, er schiebt einfach permanent über die Vorderachse. Also der Dämpfer arbeitet null. Er hat null Arbeitsbereich. Er liegt gefühlt einfach, er schlägt dann noch einen durch. Und, oah. Jede Unebenheit, merke, schmeißt mich so aus der Spur. Jede Welle, schmeißt mich komplett aus der Spur und ich muss korrigieren. Und, wenn du dann reagieren möchtest, weil du sagst, ich muss korrigieren, Lenkung korrigieren, hast du komplett nicht mehr so im Griff, wie du es möchtest, weil die ist einfach so verzögert. Ich muss mir das vorstellen, das ist jetzt so ein kleiner Polo, der kein Gewicht hat. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Fahrzeug mit einem hohen eigenen Gewicht und habt dann zu kurze Federn. Das heißt, wie das dann auch noch über die Vorderachse schiebt, das ist unfahrbar. Vor allem vom Sicherheitsaspekt her. Alter Schwede! Es ist zu handeln, wenn du nicht im Straßenverkehr bist. Weil jetzt musst du dir einfach mal überlegen, du bist mit dieser Konfiguration von Fahrwerk auf der Straße unterwegs. Das heißt, du hast ja gar keine Möglichkeit mehr exakt zu bremsen. Die Lenkung ist so unpräzise, das geht gar nicht. Das geht wirklich einfach nicht. Du kannst das hier jetzt supergeil benutzen, weil du hast hier genug Fläche und du hast auch Auslaufzone. Aber ihr merkt, der Befehl des Lenkens verzögert sich massiv. Alter, da bist du aber ganz schön am Rudern. Das ist Wahnsinn. Man muss sich aber auch vorstellen, die Feder hat eigentlich keine Wirkung, weil sie ist einfach so am... Ja, sie hat keine Führung. Sie ist haltlos im Dämpfer gefangen. Ja, jetzt wo es so präzise alles hier funktioniert, freue ich mich auf den Slalom. Und auf die Bremsung. Das wird ein Traum, sage ich euch. So, langsam tasten wir uns heran am Slalom. Und man merkt es einfach, es schiebt komplett über die Vorderachse und du musst ja rudern wie in ihrer... Da hast du null Funktion von den Federn. Oh, Alter, die Bodenwelle geht ja ins Kreuz. Also aufgrund, dass das Fahrwerk gar nicht groß reagiert auf diese Bodenwelle und einfach reinfällt und nicht mehr rauskommt, weil es keine Kraft hat von der Feder her, ist das echt... Bis zu dem Punkt der Bodenwelle ist das eigentlich gut zu handeln. Ist wie so ein Go-Cuts quasi. Das ist gefedert und gedämpft. Aber sobald du eine Bodenwelle erwischt, hebelt es sich quasi aus. So, kleine Lenkbewegung, die du eigentlich vorhast. Diese hab dich voll raus. Eie, der Blitzker. Eie, ei, ei, ei. Eie, ei, ei. Boooahaha. Hast du gesehen? Nicht umgekippt? Ja, nicht schlecht. Der Wille war da, das Fahrwerk nicht, wir bremsen. Ja, letzte Folge hatten wir ja eine weiche Dämpfer-Kennlinie und Anker. Jetzt haben wir zu kurze Federn, nur so zur Erinnerung. Ich erwarte einen viel, viel längeren Bremsweg, wir beschleunigen es mal auf 50. 40, 50 und Anker. Wow! Alter! Das sind locker 10 Meter, 10 Meter später. Überleg mal, weil du einfach überhaupt, also du hast gar keine Wirkung von irgendwie deinem Fahrwerk gefühlt. Das geht einfach quasi auf Block, Einblickmoment, Block und Schieb. Und je nach Gewicht des Fahrzeuges schiebt es einfach weiter oder nicht weiter. Wahnsinn! Ey, das ist ein Action-Paket hier, oder? So viel am Rudern, irre! Aber ich meine, man merkt, wie wichtig das ist, dass der Dämpfer und das Federpaket, dass die einfach zusammenspielen. Und wenn man keine Vorspannung mehr hat, dann ist einfach gar nicht mehr gegeben, dass es perfekt arbeitet. Und dann hast du keine perfekte Performance mehr und keine hundertprozentige Sicherheit mehr. Weil du kannst ja nicht mehr agieren. Das ist nicht gut. Also, auch beim Tieferlegen. Denkt an die Vorsperrung. Wow! Wie wichtig es ist, dass die Feder richtig arbeiten kann. Ist unglaublich, oder? Ich meine, wir bleiben bei dem Thema Feder. Und zwar in der nächsten Folge werden wir das Thema Federn im Sinne der Federrate behandeln. Und ich meine, ihr könnt ja schon mal reinschreiben, was ihr meint, was passiert, wenn wir mit der falschen Federrate fahren. Also, das war's schon wieder. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, viel Spaß und vergesst nicht zu abonnieren. Jetzt zeigt er sein wahres Ich. Mit einer Bodenwelle parierst du gar nichts.